Heute, vor genau 20 Jahren, fiel die Mauer. Als der Zeit, wenn Lech Valenza mit seiner Solidarität schüttelte den Kommunismus, schüttelte ich mein Vater. In Berlin wird es ziemlich kalt um diese Jahreszeit. Die Leute bleiben zu Hause. Schau dir mal dieses verfluchte Land an, was hier los ist. Wir sind pleite, verstehst du? Pleite! Was ist denn eine Notte? Ein wenig. Ich sage nicht, dass der Kommunismus ein guter Babysitter war, aber damals balancierte er die Welt. Unsere Stadt, ein einziges stinkendes, schmutziges Ghetto. Und dann, im sogenannten Millenium, brach die Hölle los. In Europa 2009 waren die Menschen andere unterhalten, weißt du? Wenn ich dich hier noch einmal sehe, dann schlitz ich dir die Kehle durch. Diese verdammte Wände! Ich mag's nicht. Ich mag diese Stadt hier. Gowingen die Menschen, wenn ich dich an máquina dritten Male Das war eigentlich nicht so. Das war wichtig ist, denn natürlich auch B Orchest 210 g Basilica. Das war nichts auf dem Video. Die fortunehip, Wie soll man keine拜en schreiben? Dein Leben im Stau, Freude für Traum.